Hallo ihr Lieben, weiter geht's mit der Tell Me Why. Ich würde jetzt darum bitten, es anzuschauen. Das Bild, wie wir untersuchen es. Okay, also. Also, das waren irgendwie Picknicken, also er und die Mutter. Das ist ja schon vertraut. Guck mal das hier an. Was ist das denn? Geburtstagskarte? Du kannst noch drehen und lesen. Aha, also lesen braucht man nicht, das haben wir ja schon. Okay, ein bisschen zu lesen, willst du? Ja, lieber Sam, die meisten Bären leben nur 20 bis 25 Jahre lang. Also herzlichen Glückwunsch zu deinem 29. Lebensjahr. Ohne dich hätte ich hier mit Sicherheit nicht so lange überlebt. Also danke für alles. Laura hat wirklich Glück mit dir. Ich weiß, du denkst, dass der beste Teil deiner Vergangenheit ausradiert wurde. Aber solange du es nicht vergisst, wird die Anlagschakrose für immer seetüchtig bleiben. In der Erinnerung könnte sie nur etwas kleiner wirken. Ich hoffe, du hast dieses Wochenende etwas Zeit, um mit Ritchie aufs Wasser zu fahren und alles zu fangen, was du verdienst. Einschließlich neuer Erinnerung. Alles Gute, mein geschätzter Freund Marianne. Also es klingt ja doch eher so nur nach Freundschaft, dass er vielleicht in sie verliebt war, aber sie nicht in ihn. Okay. Gucken wir mal das andere an. Also er scheint sie sehr geliebt zu haben, sonst hätte er das ja alles nicht aufgehoben für sie. Ein Ding hier? Ein Sammlerstück? Nee, was ist denn das? Ich weiß es leider auch nicht. Also man sieht ein Kind vorne sitzend. Ja. Könnte Thanksgiving sein oder so. Dann vielleicht die Mutter. Ach, ist rechts nicht die Mutter, Marianne? Guck mal. Rechts, ja. Ja. Und oben links sind die beiden... Das weiß ich leider nicht genau. Die beiden, also sie, also er der Besitzer und sie die Besitzerin von dem Laden. Ach, die Freunde von den Grocery-Store. Genau, die waren ja eigentlich befreundet damals. Bis es dann zerbrochen war, weil sie dann bei der Kirche war und ein Umerziehungsprogramm vorgeschlagen hat. Swords and Schemes. Oh, und ich habe sie gesehen, dass sie das für ihr Geburtstag sehen hat. Sie hat es jeden Moment von ihnen. Ein ganzer Weg zurück. Sie hat darüber gesprochen, wie es die Bücher befreundet. Hm. Ähm. Oh, es war ein Buch? Ich glaube so. Es muss wohl einer ihrer Lieblingsbewerden sein. Oh, sie war so verrückt. Also wir können auch lesen. Äh, Schwerter und Intrigen. Eine Person. Ein Kinoticket. Hm. Okay, also mehr ist hier nicht. Hm. Ich glaube... Also er würde sie immer geliebt haben, sonst behältst du ja sowas gar nicht. Ja. Okay, also das Bild kann ich noch ansehen. Haben wir aber schon, ne? Ja, guck mal, vielleicht kannst du es noch drehen weiter. Happy. Hm. Sie war. Mhm. Wenn war das? Warum hast du eine square hat? Oh. Ja, das war das, wenn ich endlich got mein Captain's License. Marianne ist derjenige, der mich zu bekommen. Sie hat mir das dummste Hattet, als ich nachdem die Oath. Okay. Mhm. Ja, Laura took this one. Wir haben uns gearbeitet auf dem Bauch für Monate. Das Ruf war ein Sonnig zu schiehen. Der Rauch hat einfach auf den Lauf. Nein Oh, der hatte echt ein Alkoholproblem Ich glaube, wir wissen, dass wir schnell genug wissen Elie, du wirst das wirklich durchgehen Es ist wie ich dir sagte, das Haus bedeutet alles für deine Mutter Das ist alles, was wir noch haben Du kannst es nicht einfach wegwerfen Ja, ich tut mir leid Ich bin sorry Ich weiß, wie hart das auf dich war Aber du musst weitergehen Was ist getan ist getan Vielleicht würde es helfen, zu sprechen zu jemandem über das Kann ich euch erzählen über die Zeit, wo ich meine Legge zerbrochen habe? Die Schinbose zerbrochen in drei verschiedenen Bereichen Ich habe mich auf meine Arme für ein Monat Keine Worte Keine Worte I was so down, I couldn't even bring myself to get out of bed. But your mama, she doesn't have none of that. She got me up one morning and drove me to a nice spot by the harbor. I watched the boats come in and out one morning. And you can't let yourself be defined by the parts that are broken. That's what you told me. You gotta find a way to work with what you got. I think about that a lot. You gotta remember. Oh Gott, der Arme, der ist ja völlig gebrochen. Okay, aber wer ist der Vater? Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, zurück zur Scheune und auf den Speicher gehen. Ja, hätte ich mir jetzt auch so gedacht. Dann erfahren wir mehr. Wahrscheinlich ist da auch nochmal das Monstertier da. Was ist eigentlich mit Tyler? Wo ist der jetzt nochmal hin? Der ist im Haus. Das war's Tyler. Mm-hmm. Hey, Tyler. I've been looking all over the place for you. You all right? Yeah, I'm fine. Whoa, whoa. Hey, let's get you off your feet, okay? Come on. Listen, if you want to be alone, I'll go. But if there's anything you need to get off your chest, I won't snitch. You saw Allison? How is she? Yeah. I went back to check on her this morning. She was in a pretty bad way. Whatever went on between you two, it wrecked her. Look, I don't want to drag you into this. Well, I'm already in it, and you look like hell, so. I just got a lot on my mind. Well, I know one thing that's good for that. As a wise man once said, fishing is the cure to the wounds of the heart. Mm-hmm. Yeah, yeah, I'm going to explain it. Was that wise man you? Hey, like I said, I gotta write my own legs. So, you in? I don't know. Come on, we're burning daylight. Let's go. Where are we going to go? Why go anywhere when we have a perfectly frozen lake right here? Ice fishing in November? Yeah. It got cold way fast this year. Climate change. That shit's going to kill us. But hey, fish first. You can walk behind me if you're afraid, though. You're actually serious. I am a very serious man, Tyler. Let's go. We still have to get everything out of the car. Naja, da braucht man halt Zeit, Ruhe, genießt die Natur und kann zum Nachdenken kommen und vielleicht zum Sprechen. Ja. Michael ist ganz cool eigentlich. Ich glaube, ich war selber... Ne, ich war noch nicht angeln, nein. Ne? You sure you don't want to go? Nah. Look, no way I'm gonna rob you of your first catch in your own backyard. Alright. Ich war einmal angeln. Ich war als Kind angeln, aber jetzt so als erwachsener Mensch, nee. Also auf der Kirmes habe ich mal Ente geangelt. Das habe ich auch. Das hat mir aber auch sogar großen Spaß gemacht. Ich bin nicht. Hm? Ich bin nicht. Musstest du? Ja. Um, um, um. Oh, tatsächlich. Äh, Angel. Oh. Oh ja, gut, dass du das machst gerade. Jetzt geht's los, ja. Ich bin da so ungeschickt. Also. Ich sag nur die Panikattacke mit dem Atmen. Habe ich das gut gemacht? Wie ist sie den Kreis, um den Fisch zu fangen? Okay, 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 okay. Das ist ja immer so reinholen, festhalten, reinholen, festhalten. Oh, das war schwer. Nein, das war's nicht. Der arme Fisch. Ich esse auch gar keinen Fisch, muss ich sagen. Du, Rubus? Nö, Enten. Enten? Ja. Von Enten. Von Enten. Ja. Enten. 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 Das klingt doch erst mal gut. Besser als so alleine vor sich hin. Was mit Pio? Yep. Schon wieder? All right, here we go. Mein Schluris. Für das ganze Jahr angelst du gerade. Das ganze Dorf. Ich dachte, ich habe jetzt voll die... ...krasse Erkenntnis. Du hattest es ja geschafft. Das ist voll am Vibrieren hier. Ja, du hattest es ja geschafft. Sonst hättest du ja nicht den Fisch innerhalb gehabt. Jetzt die Frage, ob du das jetzt noch mal so toll hinbekommst. Ich habe genug Training mit der Ente gehabt. Auf der Kirmes. Die Preise waren immer doof. Was für Preise? Beim Entenangeln. Ach, da gab es Preise. Ach, da gab es Preise. Ach, Mensch, Loris. Du musstest die Enten angeln und die Farben wurden angeguckt und danach konnte man sich was aussuchen. Ich glaube, Gold war freie Auswahl. Das hatte ich nie. Okay. Aber ich weiß es auch nicht mehr so genau. Es ist halt etwas her. Hm? Hm? Slicke frische Fisch. Top mit Garlick. Pesto. Just ein Drop of Olive Oil. Pure Perfektion. As my partner in crime, you're entitled to a cut. Das klingt gut. Das funktioniert für mich, Partner. So. So, are you gonna tell me what's in the cooler, or what? I could tell you. Or I could watch you squirm a bit longer. Ugh. You're a terrible person. You know that? You betcha. Okay. So, about last night, I don't know what Allison said, but from my side, well, I thought we were on the same page, but it turns out we weren't. Hey, so don't tell her I told you, but last week your sister was almost unbearable. She was jumping up and down with excitement at you coming back. Really? You better believe it. Look, the last time you saw each other, you were kids. Just because things have changed doesn't mean you can't work it out. I know. It's probably my fault. Click. I really pushed her last night. I just don't get why she always has to run away from everything. You blame her? Avoiding the problem doesn't make it go away. She's so fixated on selling the house. It's like she's trying to bury the past. All of it. Even the good parts. Look, I'm not picking sides here. Okay, but she's been murder house girl ever since it happened. Now she's got a chance to put it behind her. Start fresh. Shit, I'd be pretty eager too. Moritz, for what do you decide? Y or X? I mean, X, yeah. Yeah, well, I was the kid who killed his mom. And I still found a way to confront my shit. I mean, I'm here doing the work. Even though every second I've got to fight the urge to run straight back. To fire away, do you mean? Yeah. When I first got there, all I could think about was getting out. It felt like a cage. But after a while, it started to feel more like a shell. I figured out who I was in there. But now, I've got to work out how to be that person out here. Well, if it makes you feel any better, none of us really know what we're doing. Like, shit may look bleak now, but your sister's never going to give up on you. And you can lean on me too if you want. Just be careful, okay? Got a bad left shoulder. I'll keep it in mind. Thanks for listening. Don't mention it. Don't you say anything. I got this. Ähm, was war noch mal mit seiner Schulter? Musst du jetzt schon wieder angeln? Ja, ich will. Now give it a nice pull. Das ist ein richtig großer, ich merke das schon. Mhm. 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 Ich und die Natur in ewigen Zweikramm. Ich muss dir jetzt da angeln. L-T-R-T. Schaffe ich? Schaffe ich? Ja, leider schaffts. Ein Kinderspiel. Geräusch der Anstrengung. Well played. Okay, wir haben's geschafft, oder? Ja, ich habe nichts. Das war clean. Oh. Ich bin ein bisschen entspannt. Hey, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich etwas sagen, das ist ziemlich personal? Sure. Take off the gloves. You, uh, you've been with people, right? Uh, romantisch? Uh, yeah. A few. Have you? Uh, no. Not really. That's kind of surprising. Um. I never really thought about it. It just wasn't a priority, I guess. I get it. You've had a lot on your plate. Yeah, definitely. You want my take on it? Sure. Heartbreak sucks. Look, I stopped listening to the entire indie folk genre just because I was dumped at a show once. But I put myself back out there just like everyone who's ever gotten their hearts stomped on. Because when you meet someone who really sees you, you don't have to pretend anymore. You don't have to argue with this. Hard to argue with that. And you're still interested in being that someone? Even after all the shit that's happened? Hey, I've got baggage too. I think it's worth a chance. Don't you? I think we're in total agreement here. Yeah? Yeah. I get this feeling like I could say or do anything with you and it'd be cool. I feel safe. You are. Because your sister would kill me if I did you dirty. Uh, yeah, she would. So, it doesn't look like you're catching anything with that. You want me to show you how it's done? Go for it. Hmm. Hmm. Hmm? Hmm. Ich weiß gar nicht. Steht Tyler eigentlich auf Braun? Oder auf Michael. Ich hab's jetzt irgendwie, das wirkte doch ein bisschen so. Oder? Ja, ich, ja. Ja. Ich hab's da so ein bisschen in die Richtung gelenkt. Ja, da läuft was. Na klar. Ist doch schön. Ähm. Ja, was ist das? You okay? Ich hab's jetzt irgendwie ein bisschen berührt. Das ist ja ganz niedlich. Hm? Hm. Ach, Gottchen. Ah, Romantik. Und dann in den Bergen beim Angeln. Und du denkst ans Entenangeln nur. Siehste? Das hat dir als Kind nicht mal gefallen. Tja. Also hast du da auch nie den ersten Platz gemacht, ja? Beim Entenangeln? Hm. Nee. Aber der Bauch war immer voll danach. Beim Entenangeln? Ja, ich hab die immer direkt gegessen. Ach, Mensch, Loris. Ich hab gerne auch gewürfelt. Das gibt's ja gar nicht mehr. Also jedenfalls nicht hier in Berlin hab ich das wieder gesehen, dass man würfelt. Auf der Kirmes. Ich hab das noch nie gemacht. Das hab ich so gerne gemacht. Und ich hab ganz oft gewonnen. Drei Sechser gewürfelt. Aha. Ich hab letztens ein Foto gesehen von einem alten Jahrmarkt. So, äh. Yeah. Yes. No way to put it. Hey, Ali. I think I'll just show myself out. Okay. Call me later. You know I will. Okay. Alles wendet sich zum Guten. Okay. Okay. Sorry for interrupting. No. It's totally fine. We're done anyway. Catch anything? Mostly ice, but yeah. Tyler. I'm sorry for freaking out yesterday. All of this. It's just been really hard on me. Don't apologize. I was being an asshole. We should have never pushed you that hard. Come here. Aww. God, why did I miss you so much? It's only been a day. I've been told I have that effect on people. You dum-dum. Okay, so, I need to show you something. What? You're kind of wearing me out. Can we sit down for a sec? It's hot for cold and they're sitting the whole time there. It's erst November. Mm-hmm. Alles zu geeist da. Und? What is it? I was just at Sam's. He's not our father. How do you know? I asked him. Point blank. And you took his word for it? He was crazy in love with Marianne. Whoever set that fire was doing damage control. And Sam's nothing but damage. I guess he really doesn't have anything left to lose, does he? There's something else. Look at this. This was taken in 1992 when Marianne first moved to Delos Crossing. See that ladder? Sam told me the barn has a loft. He helped her build it. Apparently she never told anyone about it. And it's still there? As far as he knows, yeah. What do you think? Should we give it a shot? We've come this far. And a hidden loft? That's got secret shit written all over it. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Aber in der nächsten Folge, das macht man gerade nicht mit euch. Ja, ich muss sofort wissen, was da los ist. Also weiter geht's. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Ciao.